Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, heute ist der 5.10.2021 um 7.52 Uhr. Ich bin heute auch wieder relativ früh wach geworden. Ich kann mir zwar den Wecker stellen, aber irgendwie bin ich immer so um 6, 6.30 Uhr wach. Ich weiß auch nicht warum. Ist das schon die senile Bettfrucht in ausgeprägter Form? Ich hoffe nicht. Ja, was ihr habt zu erzählen? Montag war viel los, war viel zu tun. 7 Termine, über 60 E-Mails, wobei der Großteil konnte wirklich ungelesen erst mal zur Seite geschoben werden. Aber es sind auch viele, viele Themen übergeschwappt, die letzte Woche so ein bisschen liegen geblieben sind. Heute ist es ein bisschen weniger. Heute sind es, glaube ich, nur 5 Teilgurs mit jetzt Michas Termin, den ich jetzt vielleicht noch vor 9 Uhr dann mal anrufe, sind es dann halt 6. Ja, wir pendeln uns hoffentlich wieder bei 4 oder 5 ein oder noch weniger. Wir gucken einfach mal. Ja, was gibt es zu erzählen? Ich bin zurück im Arbeitsleben und bin guter Dinge. Wie gesagt, gestern war echt ein nerviger Tag, also wirklich so von 0 auf 100 oder vielleicht ein bisschen mehr. War schon, aber ich glaube, heute wird es wieder ein bisschen ruhiger und entspannter. Mal gucken. Ich muss mal schauen, vorausschauend, was ich jetzt für nächste Woche auch schon vielleicht schon vorbereiten kann und dann entsprechend Termine machen. Ja, ich gehe morgen ins Kino und ich dense mit der Gänse. Ist das überhaupt eine Gänse? Ich weiß gar nicht. Ja, Stefan hat geschrieben. Der war ja eine ganze Zeit in Griechenland, ist jetzt wieder zurück in Deutschland und fragte, ob wir uns vielleicht mal wieder sehen wollen und wie es denn mit Kino aussieht. Und wir werden am Mittwoch, also morgen, Dune gucken. Im Cinemax am Potsdamer Platz in Englisch, im Original. War nicht so einfach, die Karten zu kaufen, weil irgendwie mit Paypal funktioniert das Kartenkaufen nicht. Mit Klana ging es dann. Also total seltsam, was da schon wieder am Augen ist. Hat aber letztendlich funktioniert und ich bin erstaunt, wie günstig Kinokarten mittlerweile sind, zumindest im Cinemax. Ich erinnere mich daran, dass der Sparrow vor Jahren mal meinte, ja, wir zahlen nur noch 5,99 pro Film und das ist voll krass. Und in Berlin warst du mal bei 10, 12 Euro. Also mittlerweile ist Cinemax auch auf diese 5,99 Schiene aufgesprungen und zu bestimmten Uhrzeiten oder bestimmte Sitze sind dann ein bisschen teurer, aber die Standardsitze kosten halt 5,99, egal zu welcher Uhrzeit auf welchem Tag. Ich glaube, an Feiertagen oder Wochenenden ist es vielleicht nochmal 1,50 teurer, aber das ist ja, ja, wirklich günstig geworden. Ja, und da gehen wir morgen hin. 18.30 ist der Film. Um 17.00 werden wir uns mal so ein bisschen treffen, ein bisschen quatschen. Dann werde ich morgen einfach den ganzen Tag über vom Büro aus arbeiten. Mittag haben wir ja dann eine Mittagspause im größeren Kreis und dann werden wir, denke ich mal, zwischen 12 und 1 da im Weiland sein und dann den Rest des Tages werde ich dann auch weiter im Office sitzen, bevor ich dann rüberlaufe zum Sony Center oder vielleicht treffen wir uns auch auf der anderen Seite. Ich weiß es gar nicht. Cinemax, da gibt es ja nicht mehr schon seit geraumer Zeit. Ich weiß auch nicht, was wir essen oder trinken. Mal schauen. Es war gestern ein bisschen schwierig, irgendwann bei Facebook und oder WhatsApp und Instagram, glaube ich, auch zu kommunizieren, weil die Server down waren. Also sieben Stunden lang waren die Seiten nicht erreichbar und das war schrecklich. War es nicht, aber ein paar Leute haben sich lustig gemacht. Der Tanit kann seine alte Leute-Plattform nicht mehr benutzen. Und ja, selbst Jermaine hat gestern über Twitch geschrieben und nicht wie gewohnt über Facebook. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Heute ist, wie gesagt, Dienstag. Heute werde ich einen Stream machen, aber erst 17 Uhr. Ich werde jetzt auch in nächster Zeit nicht 16 Uhr anfangen, es sei denn es Freitag. Da hat man ja vielleicht mal ein bisschen früher Schluss, aber ansonsten unter der Woche wird vor 17 Uhr nicht möglich sein, weil sich jetzt auch immer mehr Termine in den Nachmittagsstunden sammeln und dementsprechend, wie gesagt, geht es diese Woche auch so los. Heute 17 bis 20 Uhr und am Donnerstag auch. Morgen bin ich, wie gesagt, im Kino. Da habe ich den Stream verschoben auf Donnerstag. Freitag mal gucken. Riesig noch nicht. Samstag, Sonntag ganz normal. Cyberpunk und God of War. Gut. Na dann, das ist es eigentlich von mir. Ich komme jetzt mal in meinen Kaffee und da mache ich ein bisschen aufgeschäumte Milch rein und dann rufe ich mal den Micha an und bespreche mal ein paar Sachen mit ihm, die wir am Freitag besprechen wollten. Gut. Der Spider-Man ist übrigens in Schottland angekommen. Der Django hat gestern gestreamt und hatte den direkt am Anfang des Streams, als ich dann Hallo meinte, geschrieben habe. Er meinte, hier, guck mal, ist angekommen. Sieht voll cool aus. Hat sich also wirklich gefreut. Und mich freut es, dass das gut und wohlbehalten angekommen ist. Es hat eine Woche gedauert, ne? Sechs Tage, nicht sieben. Ich habe es am 28.09. verschickt und jetzt am 4.10. war es dann da. Lag halt ein Wochenende dazwischen. Wobei, das liegt es dann in der Summe immer, ne? Also selbst wenn man es Montag schickt, würde es wahrscheinlich nicht bis Samstag da sein vielleicht. Aber ja, hat ein paar Tage gedauert. Es ist jetzt angekommen und jetzt hat er eine kleine Wackelkopffigur mehr in seinem Zimmer. Ja, ja. Gut, dann habt einen wunderschönen Dienstag. Kommt gut durch den Tag. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch das Grau und Grauwetter nicht zu nervig sein. Ich finde es schade, dass es so dunkel ist, ne? Also die Wolken hängen so tief und sind so dick und irgendwie kommt kein Sonnenlicht, kein helles Tageslicht durch. Das ist so ein bisschen, aber naja, was soll, das kann man nicht ändern. Es soll ja nochmal richtig warm werden irgendwie, ne? Also war ja auch am Wochenende in Berlin wohl relativ warm. Gucken wir mal, ob die Wolken irgendwann aufreißen und ein bisschen Sonne dabei ist. Das wäre schön. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Zeit, ne? Bis demnächst. Bis später. Oder bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Also bis dann. Tschüss.